zum ja dann lass mal dann lass mal da ist Streamlou gegangen dann sag ich guck du bist und guck und mein Streamer sind mir hin und dann geht's ne wau dann aus da begreifen geht da guck und dann von Party aus der Streamer rund Hallo meine lieben Freunde hier ist wieder euer Anton heute rasieren wir ein paar Noobs in Star Wars wie kannst du ein Anton? das war immer wenn ich ein Stream gestocht und immer ja Streams dann sag du ja und sag mal wenn du das sag ich okay sag ich dann Hallo meine lieben Freunde hier ist wieder euer Anton und heute rasieren wir ein paar Noobs entweder dann also bei Call of Duty oder bei Rainbow oder bei keine Ahnung was immer das selbe du musst mal gucken wow mehr verloren oh mein Gott und ich komm Winzling Yoda ne komm ok du hast rei das ist ok rei das ist neviker ok dann bin ich nur bin unser Bosch Kylo Doku den Bosch und den der robot ja genau ich bin du 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 irgendwann L du 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 Bleib wachsam, sicher auf unsere Flanken! Man, probiert nach ein Kälter, Doku! Ah, höre, scheiße! Die selbe Idee! Doku probiert nach ein Kälter! Doku probiert einfach nicht! Fuck! Du hast dein Nestes getan! Doku probiert! Doku probiert! Roboter aus Bannerobkomm! Ja, gut so! Adi, Kylo! Du musst ein Kutbusk! Vergeilt! Aber ja! Doku naga! Ah, ich gucke noch Doku naga! Du selbst naga! Guck mal! Der Roboter, ja! Du Idiot! Das muss doch nicht sein! Ich kann was! Wo hast du den anderen? Das ist kein Kutbusk! Halt! Halt! Naga, warte! Halt! Halt! Wie schnell ein Ruf, blöd! Ein Roboter ab! An der Bosch! Ich hab halt in der Bosch lecker, das schönste geflügt! Keino könnt! Ja, und ich gesinnt. Uh, aua, 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 aua! Ein Dirk und ich gefangen drüben! Vorrück, schnell! Egal was, egal was, der Gras Roy! Räuch ich dir! Ja, wär das auch toll. Neee, mh, ich hasse nie Platz! Egal was, ich kann die Upgaben sind. Räuch kannst du eigentlich, steck einfach killen! Dann müsst ihr das nehmen, einfach auf die einen Platz zu schicken! Und dann manipulieren! Oh, Bosch! Was kommt da hinne! Kommt da hinne! Ich hab hier doch nicht gebärbt, Mann! Wie kann ich mal weise verrieren! Alter, waaas, warum du ihn? Egal was! Unlos, du! Und dann hast du den Scheißroboter im Boyen! Ey! Ey! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr im Vorteil seid, oder? Ja! Oh, die wär's gehandelt! Gut, glück da halt, du! Ja, was trifft! Guck wie der Scheißroboter immer bei dem Wichser haupt, du! Egal was! Egal was! Egal was, plötzlich hab ich was! Der Roboter hast die ganze Zeit bei dem Scheiß Kylo gewillt, so wie Spass! Ne? Ne, mir findest du Elektrisäer, wenn ich genug greifen, hohe Spass! Ah ja, ich müsste mal, wegen der Empfindlichkeit vom Mikro-Märchen schmarrn! Du musst wegen der Empfindlichkeit vom Mikro-Märchen schmarrn! Ja, dafür muss ich auch ein paar, die Augen! Ehhhhh, dafür kommt mir das Lörde-Bildschirm! Warte mal, wie sich das dunkel sein! Guck mal, wie ist dein scheiß Elektro-Roboter-Loha-Psy-Krise! Tast, Tast, Tast! Tast! Wolltest du schnell scannen? Ja, doch, besser! Also so, wie wird dein Headset per se? Nein, das ist nicht! Es wird so wie immer! Oh, warum ist sie weit? 300 Die Schrömmfeluscher Für was sind sie zu feiern? Wieso kommt denn hier bei uns hin? Gar warte. Wie ist er außer dem Team? Der Sandarin, der kennt Motschlüge. So nicht den Michel, die bloggt auch nicht. Ne, ne. Deutsch. Dann dann den Alex. Hä? Also den Alex. Äh, den und ich könnte dann davon schaust. Ah, ok. Ne, das ist nicht so bei Michel, also da ist das. Oder nicht ihr Michel? Ja. Er guckt, er guckt ob sein Ausdauer oder nie. Er sieht sein Ausdauerballfoto. Der Ausdauer war alle voll. Ich bin, ich bin überhaupt gesünd. Dün. Dün. Mir kam, war das so die Musik besser gerne toll. Wir sind gerne. Und geht auch nicht weiter. da der musikmangst die klamotten das war für den und dann haben wir ein bisschen am Anfang an. Aber nicht, aber wir sind immer die selbe. Ich weiß, was passiert mir von Leyen. Ja, weil denn ein Roboter wäre da weg. Nein, sie sind einfach scheiße. Ja, sie sind einfach scheiße. Ja, sie sind einfach von uns und lassen wir dunkel sein. Dunkel sind auch die Stärken. Ich werde ihn trotzdem verlieren, weil das Team schon lange greift. An die Roboter von ihm sie und den Hahn. Den Hahn, Luke, Anakin und Obi-Wan. Okay, Chewbacca. Hanus dran! Okay, nimm mir Waffen! Okay, Ausflug. Easy, und noch scherz Waffen mit. Waffen mal Bobo. Hat mit den Exekutionen begonnen. Was Glück gehabt. Henz mit mir! Du hast dich schon stärkere Gegner getötet. Töter! Oh, shit! Ich muss da haben. Digga, warte zufrieden. Digga, warte und schon wacke. Das sind genau mir und man muss mich allerdings zufrieden. Endlich. Ich habe eine Kino-Serie. Oh, Chewbacca. Oh, Chewbacca. Warte noch nach rein, nix. Egal, warte. Wie sie halt zu zweit, wenn ich eine beenderte Waffe bekommen will. Okay. Okay, ich brauche den anderen an. Ich will hier nimmer ne Mordwürfen. Da geht den dort in Duell. Beginnt mit dem Angriff. Was ist mit dem? Weitere Legionen stehen bereit. Das ist möglich. Was machst du? Das nimmt wie man trauen. Der Überrat vor der Vernichtung schlägt mir dazu. Wollen sie nimmer mal zur Waffe kommen? Wollen wir zu? Wollen wir uns? Achtung! Ich hab nicht gehört, was war das da? Nichts landen! Egal was, das... Ich denke, ein Lack-Tor ist da raus, was ich gesagt habe. Da steht doch das, und die Imperator gehen boffen und ist okay. Warum bin ich da nicht? Und dann kann ich hier doch genauso schnell wie ich boffen. Imperator ist einfach okay. Er kann so viel Würsel wieder wollen. Die Imperator ist schwer zu killen. Warum kann ich da nicht los? Oh, hab ich getan. Go! Nächsten! Leer! Oh, schade! Lecker! Egal was! Die Macht ist stark! Und nun... Guck wie sie... Ne, zerfetzt genug! Und zwar wirklich! Kommt so, was du willst! Und jetzt... Oh, hör mal ganz hart! Das sind auch schlechte! Ja... Das sind euch da... Wundersucht... Bisschen besser Spiele... Als... Als... Die, die mir immer holen. Jämmer nicht! Okay... Okay, das geht gut... Ich bin nicht... Aber gleich! Ich bin nicht dafür gut! Warte, nein! Okay... Aber du darfst auch nicht den Ball reinziehen! Warte! Oh! Es ist noch ein durch Leer! Warte, Leer geht fort! Leer ist rum durch! Warte, Leer geht fort! Warte, Leer! Ich bin nicht raus! Не lecker! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt! Ich bin an einem Spitz! Ich bin nicht zufrieden! ich steile haben wollen so weit geschätzt weil abends das hat wir müssen holt man da war da war da war ja das ist das ist der andere geben egal war dann schläfst du Der Todmänner beweist erneut, dass niemand eine Auseinandersetzung so beendet wie ein duftler Lord dessen. Die jense Ding in so was, er wollt mich vergelbt, weil er wisst, was ist das Schlimmste war. Heute passt der Ding auf Platz, oh. Der Wälder hat nicht gepunktet gelöst. Komm er gibt, Arno Lobby. Arno Lobby. Wir werden den nächsten Mal so verlieren, weil der Team scheiße ist. Was hast du nicht gesagt? Den Imperator aus dem Meister. Der Wälder hat keine Chance gehabt. Gut, nehm den Imperator, weil er so schnell Sprungen, Blöds, Ausweichen ganz gut kann. Was hast du im Menü? Jo. Ok. Tamino. So, ich hab nicht so ein Zaubergericht vom Imperator. So müssen wir im Imperator spielen. So müssen wir im Imperator spielen. Und die Jena kemert den Kylo. Ok, wir gehen raus. Ich hab nicht so ein Lobby. Da schmiert das Kamino dabei an, du. Da ist er noch nicht lang gekommen. Aber wen? Das ist ein André. Du bist André. André. Brech dein André. Ok, was ist der Menü? Äh... Hä? Ok. Takodame. Takodame. Aber das ist in meinem Schiff. Bestimmt. Oder wen ist das in meinem Schiff? Ja, Sternkreuzer. Also... Ist das den Eben im Schiff oder den anderen im Schiff? Nee, ich mag ein... äh... Camino im Schiff unterwegs. Kamino kennt kein Schiff. Also... Ja, du gehst gerne auf den Schiff. Das ist die Hangmap. Ja. Das ist die Hangmap. Ist der Gordana die Scheiß-Map? Oder ist ein André-Map? Ich mag das André. Ich hoffe, weil die Map ist der größte Bullshit. Ich mag nicht. Ich mag das André. Ich mag das André. Wir hatten heute ein Kajig. Ja, geil. Die ist gleich fertig. Da kommt ein Mann. Ok, die heute geht. Die ist nicht so scheiß. Aber die André. Wir dürfen nicht verlieren. EGO MAT! EGO MAT! IGO! Die müssen rollen, oder? Die müssen rollen, oder? Ich hab schon... Ich hab schon alle Glück gekillt. Außer dem... Luke. Jetzt hast du ja Winseln und... oh, weißt du mal eigentlich... Aber wir kommen von hier aus dem Grund. Aber wir kommen von hier auf so ein Gehen. Weißt du mal eigentlich... Weißt du mal eigentlich... Und wir hören eigentlich... Kann dürfen uns nicht. Wir haben auch schon einen Raufer sein. Weil wir sieht ja nun... Und wir verstehen uns sehr gut. Wir sehen uns schon einmal... Und wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. Ich hab alle gegründet, ich hab einen großen Reuen. Ich bin zu dir, wer ist aus dem Kampf, wenn du kommen soll. Die waren eine Rolle. Die waren immer bei ihnen. Ich wollte sie nicht aus, weil ich sind nur vier. Ich bin nicht das nicht klar. Ich gucke da unten. Das waren auch mal zwei Kackrunden von mir, ja. Die einen Runden nun ist es zerfetzt und die zwei Runden nun ist es zerfetzt. Aber die zwei Runden war die geil. Ich komme. Drei Stück Plot. Genug wird es nicht mehr so überlebt. Ich rufe den Lug eine Woche noch am Schluss. Ja, ich habe gesehen, dass sie sich durch die Tür gekommen ist. Ganz Team erledigt. Ja, cool. Ah, das ist das. Ich weiß nicht. Ja, das ist die Map. Egal, dann haben wir sie. Oder ich will sie benutzen. Genau. Ja, das ist der. Ihnen, Ihnen, nur. Anakin ist im Nu. Jihihihi. Kommt den Anakin auf Maximum gehen. Fehlt hier nicht mehr viel. Acht Leveln. Äh, Art of Hedge Leveln. Und wenn man lügt, dann wird es schwer. Kommt den Leveln, wo ich lügt. Ah, du hast noch ein Fehler, siehst du? Äh, hat er gehört einfach. Okay, das ist Jakku. Die Drecks-Jakku-Map, man. Also eine Drecks-Fließe. Ich bin so schon mit Plasma. Weiß. Team war es auch nicht gut, wie der da hat. Wölven der Galaxis. Treffen auf Schocken ohne jeden Sinn für Humor. An. Gellacht zuletzt. Ja! Die Treffer des Guten-Fahrer. Bei der Zeit, die wurden schon nicht klar. Kamst doch schon drüben, du. Er hat schon einen kleinen Plasma die du gekämpft. Ja. Ich weiß. Das war ja auch nicht, du warst schon geboren Das war nicht Ich bin der Vader da Hey Kylo, du bist nicht invaliert? Oh Kylo ist nicht invaliert Fett Ich weiß aber nicht, du bist Du hast Ball am Loch gefahren Oh Kylo, du bist nur geschossen, was hast du da? Ich werde dir die Sache erleichtern Wie du fattest eine Uhr übergeführt Es sind aber noch Ball am Loch gehackt Ausgewählter Unzähliger Opfer Mal los de lugare Spoff Du kriegst mich nicht gewischt Es gibt kein Entkommen Ja, ein Versuchs was wert Ja, ein Versuchs Wie ist du fett gut Gläckert Mit dem Loch gefällt Was freuen wir denn? Pas mal Aufhör wieder Yoda Boah Joda Debaliert Hat kein Phunonen Ich gebe ein Phasma Egal was Egal was Lass den Phatball durchkommen Egal was Egal was Egal was Wenn du glaubst, du kannst einen Jedi schikanieren, erwarte dich eine Überraschung. Ich bin veganist. Ich habe ein Essen zu Hause. Diese Schlacht macht mir weniger Angst als das Essen im Jedi-Tempel. Was hat schon Rennen, du? Was hat schon Rennen, du? Was hat schon Rennen, du? Wie du wilde und lacht wie ihr gewollt. Hast du nicht lacht gefallen? Ja, verdrinkt du. Zerwut mich und lacht wie ihr gewollt. Dich sind da rein. Ouh, ein Spyro über die Konkurrenz. Versuch's nochmal. Zerschein Dachbar. Wacken sie durchführen. I'm not as fat I never thought this would happen I am not a good teacher I am not a good teacher But it is a good So it is better If you are a good teacher I don't care EGAAAL, WACK! Ich habe nur gesagt, lachen. Gute Wälder Daniel King, was macht ihr? Du solltest dich doch auf Kohl's anmelden Keine Ahnung wo sie war Ich mag es nicht wenn sie Widerstand leisten Uuuuuh fast kritisch nur wieder gerannt Ja blüht, Meister Wind wäre nicht so seins Wälder Ja blüht Keine Ahnung Ja blüht Wie können wir reden? Soch, Zwim, ich tut nicht, aber klar. Unterschätzt sie dich! Gefänglich. Wir fangen zum Versöße hin. Sind sie denn immer noch zu zwe? Oder wieso sind sie denn immer noch zu zwelei? Also das ist jetzt kein Überfall. Von den Kräften kommt niemand. Meine Agenten sind überall. Aber es ist doch gut, die mich fesselt. Da hat sie... Ja, aber als Drecksdurgen haben... Ich kriege eine Hälfte. Eigentlich ein Bullisch-Durgen. Was ich gesagt habe, ist den Schocken nicht wohl besonnen, sondern wir sagen den legendären Anakin Skywalker. Schauke, Mensch, du hast den Doku ausgesprochen. Ich weiß nicht, du hast den Stil. Aber nein, wir haben nur 20 HP. Schauke, 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 Schauke. Schauke, 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 Schauke. Das ist das. Das ist beim Kylo. Der große Teil, so. Wenn sie in den Kylo kämpft, und überlebt man den Klangstück... Nein, den Klangstück lieben. Sie sollten da mal ein bisschen realistisch machen, dass wenn es der Engelmann den Kopf schlägt, dass der Kopf hoch war, so. Ja, ich bin ein Armfort. Am PNB-Fort, Mann. Und damit durch die Säbelteile sind, und dann haben sie in zwei gedreht, alle einmal. Nicht alle einmal, da geht es so schief hoch. Die sind immer nicht genau richtig. Ja, aber wie waren denn, die Dinge... Das war ein Film. Komm, du noch. Du musst leveln. Ne, die Mapperscheiß sind... Schreibm-Del! Hallo! Das ist immer so dunkel. Oh, komm die Mapperscheiß, und so nix von reden. Ihr habt schon verlor. Mein kleiner, grü... Ah, wird das schon doch durchge... Schon mal so geduht? Die Maberscheiß soll ich schon gleichkicken und schon mal so geduht. Na ja doch Doku. Oh weißt du, dass bei Skyrim die selbste Brat gibt wie den Doku. Hört. Kannst du sie geweiß führen? Da muss ich alle Doku. Hey, da muss ich kaum Doku. Stimmt, das ist das die Null, die sind hier zu sehen. Mal kein Lug. Was ist die Blonde? War doch der Lug. Ne und wir waren an dem Yodafin! Ne, da war der Luke! Ah, das ist Luke, ok. Hä? Da durfte ich nicht gesehen, was? Wo beginnt der Untergang des Lichts? Also das war hier mal gut, da ist Yodafin. Ihr kennt mir Kinder, um ein Stück hoch. Wo scheißten? Wo darfst du auf der Fels? Ne, ne, du findest... Das war bei mir, jedenfalls. Wie fühlt sich das Wesen, dass eure Ausbildung nicht fehlt? In der Folge kommt, du guckst einen außergewöhnlichen Armourplot durch. Luka ist so nötig. Oh, Luka war so nötig. Ja, ich bin hier von ihm. Was ist er vor? Sagen, ich bin hier noch nicht leid. Ich bin hier mit unserem Glock, aber ich bin hier mit dem Noglu. Eine bin, was ich gerade zu Hause. Schein und zieh aus! Neeee! So haben wir heute gewahrt! Nein, ich bin... Also, eine der uns... Und die Belotten sind drum, dass sie mich weit... Unsere kamen. Da tun sie auch dran. Neeee! Ähm, ja, von dir ist es. Wir halten können Moles Vernichtungsserie nicht stoppen. Einer für die Meister. Und bis zum bitteren Ende. Wir haben schon recht gewonnen. Wie... wie ich flähe? Das hab ich überhaupt gesehen! So, kipp mich, wunze, was ich flähe natürlich übertönt. Das hab ich überhaupt gesehen gehört. Wir haben die Geboten. Wir haben die Geboten. Wo war es, Herr? Ich hab mir noch ein paar... ...denn! Wir haben die Leute... Ja, ich habe ihn. Ja. Ich habe ihn... Tromm, promm, promm, promm. du hast wirklich so gekind von dem kommt wirklich kill schuppen weil so viel damage du dreckst du da es war ein bohr eingeblieben obwohl zurecht heute war wirklich doch gut so ein komisch arp wie zu schlau ne ich mein nur was den immer ausschlaut du schwarz vom film ich meine nur vom spiel du schwarz vom film ich meine nur vom spiel aber sind dort nur gemacht ich bin dort mit nur machen kaum kürze johle anke und dann auch sagt die wer du erlaubt ich habe den film auch aktiviert schon ich nie gesehen Das kann nicht sein. Die Dueler. Und Nanniken und John haben noch nie gesehen, den Vergeltung ersetzen. Doch, in der Serie gesagt. Und der Klon war der Rebels. Ja, bei den Rebels geht Nanniken. Bei den Klonen. Und die Rebels ist ja gut. Nee, das war der erste. Ja, das stimmt. Die Neufung von der Klon war aus meinem Judo, das stimmt. Ja. Der Stand von meinem Mann hat da. Nein, mehr Bosa. Ja, Klon und nein. Der hat einen Schlag mit mir. Halt noch gut in die Kombi. So, ich jetzt den schnelleren Controller. Den anderen aus voll, den anderen aus... Irgendwut benutzt, der kann da löten. Aber es war... Es hat Spaß zum Doku... Get Doku in der Renke geholt. Kylo, heute E-Level gemacht. Base. Also die Kylo und die Grievous liefern sich bei mir noch einmal rennen. Kylo hat 102. Die Grievous hat 100. Wer kennt dich doch 200. Ist so Kylo. Natürlich Kylo. Du spielst viel mehr. Ja, außer schon den an... was du mir spielst und den kennen hast. Und den... mehr spielst wirst. Kylo ist Reiskin. Und dann muss Kylo als Scheiss. Kylo. Kylo als Scheiss. Ja, es war eine Sorge. Kylo. importa stones. Oh, ja, es ist gut weil ich drei Mal ausποιen glaube ich nicht, da wirzyka in der Doku. Wir kommen auch noch gerade bei dir das ist perfekt, ich kann euch so perfekt von der Seite umsteuern also von der Hand ab mich will kommen, da könnt ihr schon direkt von hier sein nun ist doch gesund, ist in Doku ok, 3 Sekunden gedreht ab und zuwälder, Bedrohung halber noch schon tot die Zauge genau an dem letzten Moment könnte der war sofort zu Kabel wow, Kylo kein Blitantglas kick mich ruhig Amtstod ii, du Flair das ist ein Haar aus Leia ok oder Dach Leia Leia mit Granaten AHHHHH was sind da ran wie denn Annick gerade bei H2 ist bei einem Nimmel für mich zu kille was ist da ja komm Rey was ist da 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 wir sind los 있어서 es ist da was ist da es ist da was ist da wie Das ist eine von General Skywalkers Technik in Ordnung. Ah, da war richtig Sinn. Er kriegt Lichtschwerg. Das geht mit ran. Okay. Egal, ich hab kein Entloch. Wie? Wie kann ich nicht mehr rausgehen? Man drum fährt, Junge. Das wird auch mal angemeldet, versteht das nicht. Wenn der so in der Lese sitzt, da soll der direkt rausgehen. Aber da hab ich gut mit dem Keiler gespielt. Und so war ich knapp kurz hier rumdäut und der Baller aufgefallen. Das entweder er mich gerettet oder selber gut abgefangen. Ich hab einen witzigen Kill gemacht. Ich steh ihn drehen. Und dann drehen ich mich um. Ich frieren hat an. Wo er sich sprangen wollt. Er genau bleibt halt zwischen dem Bauch von der Breg. Und da kommt. Ich steh ihn. Er schlutet einen unandeschen Schlaggink. Die werden können sie nur haben. Er geschickt und fällt drauf. Nee, das ist aber nicht der Ausgang. Nee. Ich wollte überlieft. Er ist in der Plattformen. Glück gehabt. Er ist stark gewesen. Er hat die Strasserei aktiviert. Ich hab ihn leider schon mal hergezogen. Dann wäre die Ausgang. Wieso? Er hat ihn aber im Endeffekt nur gekillt oder nicht? Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Gut, vro. Nee, ich meine nicht. Ich hatte den Blas noch wie während er gekillt. Ich hab diesen Spielin nachgeflüllen. Ich hab diesen ein bisschen hau gekommen. so kakt da und bad wie die an der riefer soll er und 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 ist noch ein geheim Das hat schon so ein bisschen dumm gemacht, dass das nicht automatisch abgedeilt gedrängt wird, Auto-Balance. Okay, jetzt ist es ein länger Party, das ist also ein länger grob. Das ist alles nicht Splitten, okay. Mehr einfach, dass sie wenigstens gesehen, okay, das ist eh dran, dass die anderen schwer, wenn sie ins River gehen. Bombo. Oh, wir wissen, was ich schon oft hatte, ich hab mit dem Kopf, hab ich voll aufgespielt. Obwohl wir Splitscreen gespielt haben, oder dass wir an den anderen in Grupp gegangen sind, sind wir einst an den Party, ein griechigeres Team kommen oder so, wo man profitiert, ja, ich brauch noch ein Blutrünstig, also fünf kills ohne den Stiefmatter warf, du brauchst nur noch Headshots, dann kill du mich fünfmal ohne, dass du stirbst, und dann kannst du die Färtsch. Das hab ich mal bei Black Ops 3 gemacht, weil da so oft vier kommen, aber so oft. Ist doch gut. Ah, mir Black Ops 3 war so ist mit dem Mann, Sven findet die richtig geil. Das war auch nicht mein. Mauer, Larven, Doppelsprung. Ich fand den Black Ops 2 ja generell besser. Mann, Doppelsprung, krieg ich mich gut kein Doppel, krieg ich einfach einen Larven und Scheiß, und nicht, ob Mauer, Jetpack, und dann reingehört, und tsch 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 tsch. Oh, wir haben einfach ein Video gesehen, wo es dir ja die Ground War, also Bootenkrieg, oder wie heißt das, wo es dir so aller Battlefield, und da wo, ähm, Leute, also richtig Zoldaten, und dann, äh, da hat die Kommentaren, und die so, äh, am Krieg schläfst du nicht einfach so blond, und blau so voll und geh, äh, da, du möcht' gehen. Scheiß. Mann, fliebt, Auslauf. Und die noch bei Rainbow Six gesagt, verschiedene Sachen sind echt unrealistisch. Zum Beispiel, wenns dir mal, wenns eines Agrepes stattgefunden ist, und zum Beispiel war drainage, sprang ichÓge keinem, wac Höhe, du gehst ja, die Freak aroundu стр heute und hier bis zum Beispiel, was des Begleggags praktisch ist Aber sie sollten mir da stark sein müssen. Und wir kommen sie nicht zuschwiągewirr, Oh egal, Mans englЯer. Ich darf mich jetzt reinkommen, ich hab gesehen, wie er sich bewegt, wie er ist gesprungen. und da war heute und doch schon der ausgabe hat das spiel ist eben bis zu mir nur naja ich bin raus richtig so manche nix erst mal da ist er wollte ich dennoch zählen doch dort müssen schon gesehen von keinem oder war auch da ich komme da doch genau für mich Das wäre eine gute Übung für einige der Panama-Fliegwesen. Schade gesehen, dass ein Doku an euch war. Er macht einen Spyro über die Konkurrenz zu. Ich kann es nicht machen. Und einfach in dem Moment, wo es auffriert, kann ich nicht machen. Ah, weißt du was? Ich kann auch nicht so lange blocken. Mann, du! Willen da! Ich bin in der WC. Ich muss auch nicht so lange fahren. Ich muss auch nicht so lange fahren. Aber losen das. Ja. Ich kann auch nicht viel mehr. Sie sind zu feiern. Ich kann auch nicht viel mehr, wenn wir zwei Bäume sind. Da kann ich schon. Ich muss aber taktisch den Fähigkeiten ersetzen. Ich greife nun, da kann ich Ausdauer tanken. Ich muss auch mal gleich so planen. Kommst du hier? Ja, ich sehe schon im Volk. Ich kann warten. Gerade am engen Mondsturm. Ich sehe Grievous. Nach innen. Du musst nicht den, Obi-Wan-Raserei. Perfekte Momente rausgezünd. Ich mache das noch nicht lange, wisst ihr? Okay. Ach, ja, ich bin... Ich mache wieder und sehe hier. Du kannst du nicht darum gehen. Ich bin ein Hörer, dass du da bist. Ich bin ein Hörer, wo du da bist. Ich bin ein Hörer, wo du da bist. ich habe einen Schale okay wir haben einen Schale okay wir haben einen Schale in P-Komera okay wir haben einen Schale in P-Komera Ich bin immer manipuliert noch selber und lach gegangen. Das heißt, du hast gesprungen, manipuliert, aufgeprallt und lach. Nee, komm, du hast noch ein lach gelacht. Das ist mir schritte oder so. Ich habe es gesehen, du bist doch eine Waffe stehen. Ich bringe immer weiter, als er gedacht hat. Aber das war so gut gegangen. Weil du mir schau anstürt, Mann. Du bist ja richtig mutig. Ja, lass uns doch weiter auf dich gucken. Du bist ja richtig mutig. Etwas langsam heute. Ja, das ist so, du, du hast Angst. Die sehe ich auch an, dem zu drei. Nein. Was war bestimmt mit dem? Oh, ne, Grievous. Wie bist du Grievous? Oh, Mann. Ah, in Ost-Level. In Ost-Level, in Ost-Level. In Ost-Level-Ach. Ich muss noch so gut gehen. Grievous will nicht, Mann. Was ist noch ein Kogedix? Geiler. Jetzt kommen wir mal ran. Bananiken. Wir waren bei Wörterkuchen. Dachte mal, Kindlo. Ja, schon gesehen. Können wir reden? Du brauchst den Deadly. Ne? Es war wohl den Deadly. Oder hatte Glück. Du brauchst immer noch den Deadly. Ei, Kylo hat... Impy. Ja, schon gemerkt, dass du bist, wenn ich Schnellbeuer jetzt sehen. Ja, ich weiß noch nicht. Oh, rand. Impy. Vomboi, Merch. UUUGH! Reih! 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 Uhhh! Reih! 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 Obi, wann brauche ich Hilfe? Geh ökscheid Obi. Eigentlich genug gesehen, dass ein Master Hilfe gebraucht wird. Was ist denn da? Geh ökscheid Obi! Mal, wie gut. Das ist auch schon. Geh ökscheid Obi. Ich bin jetzt nicht mehr zu erreichen. Ich bin drei, Obi! Wir sind ja näher. Wie oft läuft. Was willst du so? Komm Geldjäger! Suchst du jemanden? Was bist ein Nimpi denn du? Schmeudert Papara von den Steinen. Folgt mir. Dann kommen wir alle nach haus. We come out! Der Nimpi war schon die ganze Zeit beim Putto. Das ist doch ein Deck spät gesinnt. A Dimpi. LAAAARF SCHWAMEGOD! Ich glaube ich wollte doch anfassen. Ich wollte doch schon weg. Ich wollte nur noch kommen. 3, ich stehe da lang auf der Breck. Ich glaube ich habe nicht mehr auf der Breck. Ich stehe da auf der Breck noch. Das ist schon so auf der Breck. Das ist schon nicht gesinnt. Guck, dein Ding bewegt sich. Einen. Ja, das Rei muss beleuchtigen. Einen. Ganz wichtig. Ja. Ja? Und das ist doch gerade gerührt. Ja, das ist ganz wichtig. Es muss frischgehalten. Ich bin gewöhnt. Ich bin ganz wichtig. Hörgered. Das habe ich nichtANDIGEN. Ich würde mich nicht bedanken. Ich bin ganz wichtig. Also, das heißt, dass du es nicht möchtest. Hast du es zu Hause zu beschreiben? den cape und und ob die antwort wählt ihr nicht auch und so schaapisch natürlich sind sie kein und du kriegst den luke ein antwort vorgestellt hier ob ob die luke ein kann erholt das ist ja eigentlich nicht eigentlich mit betonung leidens ob eigentlich eigentlich ja das ist das was ich auch will wissen wen hast man von der kammer vom luke du gehst an keinem film irgendein frau mensch oder ein person auf denen der luke flipp wird kreis du nicht du musst büscher lesen ich kann nur noch ein büscher zu lesen ich hab's recht gelesen du warst noch mehr jung das war für brosche für tschol wird auch schon wie lang hier ich war schon über 10 jahr ich war 50 jahr hier hei guck hatte ich auch lange nicht mehr ok wo kommst du weitererzählen es ist so lange die klagen hier büscher und nimm die geliehen ich bin überhaupt noch kein buch wo es da ausgeliehen da nicht sofort wurde das böse so rasch gedemütigt du warst der boss ja geil wir haben uns auch gerade gefroren was ist denn wo sind granaten der wege da ich werde wieder die ich will nur ich brauche einen hit egal was als ob sie gerade für was als ob sie gerade für was als ob sie mir eine tü 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 gemacht ja wir sind einfach nicht da oben gekommen ohne schnuggezünd aber immer ist der fach du spass wir dich kennen und da guckt und da lebt der fach mal ja ja ich geh mich kämpfen guck der so hoch dass ich hier gesehen und da lebt der fach wer äh z egal was eure wilde high höre fat sind einfach zu sein schattpackselagen upload im fachsag du soll ich abgehen ne weil nöt schocken kann regenerate da z sarà 150 oder 100 regenerate schuld der verbotter wurde fett sich noch nicht umfangen können das war zu so im Ziel für den Anakin egal war schon grad so viel Damage mit dem Spurskrupp gewohne ich nicht um meine Leere aufgepasst ich hab mir doch meine Leere aufgepasst mal uuuuuck mal uuuuck ja du lohnest schon 600 Leere finde ich von der Falle das wäre Boss dieser Jedi mach keinen Skywalk aber die Konkurrenz ich wollte am Funk dir einen Pass machen ah du hast Pass aaaaaaah neee da könnten wir über zurück und den Felskruut schweig ff ja du hast ein Obi-Wan gut wenn wir einen Jepergeidler dann müssten die fähigkeiten können wir so lange nicht playen dann noch eine leuchte Beute das hab' ich schon ausgeschoren gesinnt Er ist schon gefutscht. Wo war denn? Egal, weißt du, wo sie kämpften? Da war man. Ja, da wo Band spielt. Unsere Band denken nüge mehr, war der Keil und der Maul an den Bosch. Alle drei waren so dumm. Oh, der Keil. Ne, du hast was gemacht. Knöckert kein Roche, kein Roche, Mann. Ja, und Spaß, du warst tot. Der Luke kann auch einste von den am Strung aus sind gemocht, Mann. Aber nicht immer. Ach, da komm nicht immer. Ja, das ist nicht immer. BORITZEN! Nenneke soll sein Power, so wie er Mufon kommt. One-Shot, ey. So, hat mir der Nenneke noch am besten gefallen. Sein Vergaltung. Ne, nicht sein Vergaltung, sein Er und Ali. So, wenn ich mir heute die One-Shot gemacht. Mann, dass du mich schaden sie gemacht, also mich schaden, dass du mich schaden möchtest. Und sie hat dann, egal wie, One-Shot gemacht. Hast du Glück im Pidatschein hängen gebleiben? Oh, halt auf, Kills zu klauen, Mann. Ich brauche Kills, Mann. Ich muss mich schräg in eine Reihe an. Ich hab's auch schon eingewelt, die Luftflay, wie es da will. Ich habe einen Spyro... Bessang herzlos erledigt den Gegner, 50%. Lass dich rein! Hi, er wird dich! Uuuuuhh, zwerp! Liev den Impir- Da fennig geht dem Imperator's am plötz des Blocko Guck wie er fortlägt, guck wie er fortlägt, loh Ich fahr'n auf meinem Freundeskreis Ich fahr'n auf meinem Freundeskreis Ja? Mann, das ist nur gewösselt und ausgefahr'n, ey Ich frag' es nicht, wenn sie widersteigt Nur das Lugui, was ist Ich fahr'n auf ein paar Pallefur, das sind noch drei Stück Der Kunde ist kass Geil war'n, ich fahr'n auf der langen Welt Ich fahr'n auf der langen Welt Es ist immer ein Moll, den du noch nicht laufen musst Wirklich immer Ich kann mich nicht regenerieren Einige sind die Regeneration dauernd englisch geht Und ausgewitzt Und ausgewitzt, ey Ja komm Du läßt mehr die ganze Zeit nur, dass ich da fragst Doch das geht direkt Mein Fernseher geht aus Okay, gut Und so ob du Molder überlebt wird Du gehst nicht bei den Land, ey Du Du gehst nicht bei den Land, ey Ach, gar wach, ich war hammer'n, ey Aber wieso gehst du nicht da an die Neh, nein, brauche ich halt das Aber da Super, ich spiel'n gut Na, du gehst nicht bei den Imperator, ey Schau'n, die Wage geht pur Was ist das Raserei? Nö, du traust dich nicht Die Sahnecke, konntest du nicht nur vier Ritzen, wie du da immer bist Schuld, nimm mir nehmen Unterwerft euch Komm her Ich will sterben Ergib dich deinem Zahn Fürchte Teufel Verkommt sie Dieser Jedi macht einen Skyward über die Konkurrenz Auf nimmer Du kannst schon beim Mösch Oh, selbe Sidee, haben nostalgisch geflönt Mal er's manipuliert Den besten Lesungen ersprungen Mega Wadz sollt er gar nicht g'passt, Mann Megawadz sollt er gar nicht g'passt, Mann Mega Wadz sollt er gar nicht g'passt, Mann Zwei bis die Däden! So voll und Laser Shred gekickt Den hast du richtig zermetzelt Nein, keine. Uh, grubbelst du mal lecker, du feuerst Ich glaub, ah, ich wünsche schon einen Viertel Du kennst einen zurück Und du fliehst egal wo hin Ah, und er hat auch seinen Tod Hey, wie war man manipuliert? Du bist einfach beschlohen Aber wenn ihr gestürzt, wenn ihr gerade geflohen habt, über Dinge Über Tausend Doch, boah, renn Die Macht wird mit Luke Skywalker sein Immer Immer Sie wird immer Kann nicht einfach die Macht wird mit Luke Skywalker sein Immer Möge die Macht mit dir sein Mein junger Padawan Mein junger grüner Freund Ich glaub, du solltest ihn dann provozieren Kleiner Grievous 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 Titsi Titsi Er sagt Titsi Titsi Er darfimate Mehr Sekunden Quい Zwei Titsi Zwei Z � Zwei Mehr Und du bist viel So viel, nun weder 600. 600. 600. 700. NEE! Legawatz, nicht schon manipulieren, fangt ihr schon mal mit den und dreht ihr mit den Schaden Oh Lass Platz, Mama Träu Du Lass Lange Kampf, aber unbezwingbar. Du kannst mich nicht stoppen. Kick mich rauf. Ich schien auch kicken. So kann ich mich auch voll tanken. Ich hab einfach... Oh no, der Vatran ist schon gut nicht aufgepasst. Ich schon gut nicht aufgepasst. Da muss der Noten hier. Ja, guck wie er schon am Fortlef. Die Fatmur. Dort ist Wann, wenn ich spiele. Da spiele ein Hauptraum im Kahn. Wenn ich Platin. Ich bin ein Hörger. 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 Auch ihr werdet, wenn es durchgekippt wird. Ich bin ein Hörger. Ich bin ein Hörger. Ich bin ein Hörger. Ich bin ein Hörger. Auf diese Hörger. Ich bin ein Hörger. Wir gehen in den Lern. das kann nicht jeder geschmack haben die war nur aber ganz schnell durch ein wach vom menger sein aming auf der schrönen ball vor und Wenn du uns nicht blockst, dann stehst du ihm! Da läufst weiderem vollständig da! Du kannst doch mal die X getrackt! Ich weiß! Das ist der Fett! Lukioth ist richtig! Lukioth ist richtig! Ich hab einen Haken geholfen! Wo hast du das gehört? Ich hab mich gespottet! Dafür muss ich stehen! Dafür muss ich stehen! Wie du schläft in einem Rund fort? Nein! Wo hast du das gehört auf dem Boden? Ein Flammenwerfer! Ich wollte den Killen! Dafür hat er auch hier zu spotten! Ich hab mich so viel rundherum gedreht! Da muss ich ihn einfach killen! Ja! Ah Lukioth! Kannst du spotten! Da braucht eh Schuss! Äh ne doch nicht! Ich hab von dir in vorne geschossen! Widersetzt euch nicht! Da Dos! Dessert! Dessert! Ich werd nicht neuernd nachgezogen! Dessert! Egal! Der war der Ball tot! Prima Junge! Aber wird nicht übermütig! Wärs noch ein bisschen hart Boste, ne Feind, Cuma! Starrte, du warst zu uns! Ich muss mich nur kratzen, Mann! Nur kratzen! Was ist doch schon drin, Mann! Der Konflikt ist erst halb vorbei. Nö, was? Nö! Alter! Luuuuck! Ich hab's mal getroffen, Mann! Er ist schon die ganze... 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 Zehrtakt, du Fuchten! Also, das sind elfmal Ehrliste. Man steht im Fahrzeug richtig Karten drin. Auf dem Fahrzeug ist so absolut schlimm. Nix an, du kriegst mich nicht tot. Siehst, nein, du brauchst dich gar keine Regeneration. Ja, hundert. Ich muss nicht. Ja, aber auch ein Hütter. Der ist groß Baba. Wo fangst du denn? Wo fangst du ohrima da rein?! Ey! Nö, beim W beholden, dass du blöd bist! Herr prima, Junge, jetzt endlich rüber blöd. Das ist so oft schon der Besuchermut an dem Fahrzeugen. Er müsste nicht ham, das pääst Compets, NachschМыlairz. Jetzt haben wir sie schon alle vorgehärt. Wo hast du den Hahn, du Hahnem? Ich komm an! Ich komm an! Ich komm an! Ich hab noch der Luke! Oh ja, wer kommt denn? Oh, das ist spannend, Mann! Na, ist doch gut! Ich brauch den Hahn! Ich hab schon wieder gesehen! Das ist meine Zeit! Wie unser Freund! Ah! Bei mir hast du Luke! Ah! Das sind Fasma! Egal wann! Egal wann! Es sind alle Gurke beim Möchenlar, wo sie mich gesehen haben! Du wirst gewachsen, aber nicht hier zurück. Na doch, na, 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 na. Eiden! Jörhan, könnt ihr euch die letzte Forte oder was? Merci, Luke. Ja, und mein Ausdruck ist schon voll. Werd los. Ihhh. Ich glaube nicht. Komm mit dir. Erst wirst du dich mir anschließen. Ihr könnt nicht standhalten. Widersetzt euch nicht. Ja, du Spass! Wirst mit deinem Kollegen eigentlich knoppenisch gehalten. Digaman! Nein! Kommt her! Wirst du hier für jemanden, der sich größtlich hinbezieht? Satteladen in den Kopf? Das sind meine Ancient-Erdner-Atlas! Was? Egal ob sie den Granat schmeißen! In Wut! Mit den Granat schon fucht! Aber hey! Ich stehe nicht! Ich stehe nicht, aber... Ich stehe nicht! Ich stehe nicht! Ich höre nur wie wahr! Ich höre nicht! Ich stehe nicht. Drei mal... Ich stehe nicht! Ich stehe nicht! Ja, komm! Ich bin ein Spiceman! Ich bin ein Spiceman! Ich bin ein Greif des Nudes! du wirst aber noch wie war doch egal was Prima Junge Nostil Den Obi-Wan hat mich in Wäsch gekickt, weil ich nach dem Hahn war Jetzt haben mich in Wäsch gekickt, ist Spaß Und ich hab praktisch nicht mehr mal Pistole gespielt und es sind zufrieden Und ich hab gar nicht gut mit dem Fett gespielt Fett kann ich auch nicht gut spielen, ne Ich hab aber auch gar keinen Punkten Wann ne Wann ne Wann ne die richtig Kartenhör dann auch aufgewertet Dann auch den Vater so abs Kann ich mit dem so unbesiegbar sind Wann ne den Dengen hörst mit dem Chatpack Dass den Ball in den Deudel geht Das sind grad das ne Dürb Den Trotten, den ist nochmal durch die Pisten Jo Dauerpissen Ich bin ne immer nun Pisten lassen Ich bin ne immer nun Pisten lassen Ich bin ne immer nur Pisten lassen Ich bin trinkern Oh, der Kevin spielt noch mehr, Alex. Ja, guck, wer im Map den Alex aus. Oh, guck, was zu spielen. Hält es für Schurken oder hält es einen Showdown. Sie spielen Galaktische Krisch. Bäh. Zwingen, zwingen das, Mann. Galaktische Krisch. Sie zwingen das. Für Sie haben hier eine Party, wir haben eine neue Party. Das geht schon mal gut, wer muss den Neues gehen, dass sich Maps hören. Na, über Telefon. Über Telefon. Ja, Kevin, 321-Klasse. Lala. Ich habe schon mal nicht abgefasst wegen Map das. Aber nur wie ist das? Ich will mir nicht, wie sie hilft. Nabu. Nabu, Palast. Wie kannst du denn die Map denn nicht wissen? Die haben auch immer von unten dabei. Ja, ich kann nicht nehmen, denn für die Map. Ich kann nicht nehmen. Ich kann nicht nehmen, aber ich kann es nicht nehmen hier. Nabu, hör zu Nabu. Beim Showdown aller Showdowns. Explosive Action. Helden gegen Schurken. Man muss kein Kampfproide sein, um weiter seinen Schöpfer zu bewegen. Das ist ein Malz, ein Map. Siegen, ihr uns nicht köken? Ich bin Harno, schon rumdurchliegen. Nö, ich bin nicht beschlossen. Nö, ich bin tot. So, lass dein Stich, das ist voll falsch. Du abgeleidest. Nö, nö, nö. Knätsch, Knobi. Schupe weiter, Mann. Die Keune sind aus, ich will mich schnell vor. Egal. Fährt kurz nicht gerade. Ich will eh der Zwingel, wenn ich mich direkt drehe. Hörer du! Nix! Gute Augefuhr, richtiger Moment! Mann, du kannst, du kannst eurem zurück! Elf HP! Das heilt mich nur so! Hörern an! Egal, Mann! Da ist schon ein Ding! Das Brust! Wer macht der dunklen Seite? Ja, ich musste fahrten, glaube ich. Ich muss schlafen, muss ich bezahlen! Wenn du den Preis verdreifachst, lass dich schnell schlafen! Ja, der Schneemühle gesund! Wenn du den Preis verdreifachst, lass dich schnell schlafen! Gute zum anderen! Ich habe schon stärkere Gegner getötetet! Wieselgutadet! 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 Hören! Hören! Corona! Nächste Corona! Nächste Corona! Hören! Hören! Oh mein! Da das von der Färten an der Telg genüge ausgeladen Träuft so! Wird schneller rausgefuhnt! Hören! Egal! Lukas, ihr Moximum! Alle schundet mal wieder! Mann! Mann! Der der andere Panda wird! Oh! Oh, schau an den höheren Haar! Schau an den höheren Haar! Schau an den höheren Haar! Ich kann hier große Macht zeigen! Du wie mein Vater! Ja! Widerholen doch! Also Anakin war voll, ich bin zwar besiegt! Ja, so doch! Geht den Elektro, da kriegst du ihn dort, verrägst du ihn mit, dann wirst du dort! Du bist nicht gut! Oh mein, du brauchst, also nicht schwer zu spielen! Du brauchst, wenn dein Elektro nicht funktioniert, passt nicht! Holla Masse! Ja! Aus den Armen schrunden, du! Go! Okay! Uuuh! Das war ganz dick! Ja! Geht den Schlauch! Kein zu toll! Bitte schre mal, du in die Blussgebung! Und nun... ... bin ich froh! Ist das dein Leben? Du bist los! Ah, jetzt ist's niem hin! Zeit zum Aufwärmen! Nein, blöde Lug, da hat man grad direkt gewesen. Ok, ich andere mal an gewisse Taktik sind schon oft genug, der Gang hat man einen Vetter mal rein. Das verlieren wir doch. Wir gewaltt den Hohen Haar! Ich kann nicht mehr vor dem Mordinstinkt, ihr habt die erste Hälfte geschafft. Vergib dich deinem Zahn! Mal bitte einigen! Mich halte gestern auch nicht! Was sollst du auch, Anakin? Du kriegst mich nicht, du! Ich hab 300 Lier, wenn der Ennecke war voll und ich will Plot gemacht. Nein, Mann! Wieso falten die Parade und so schaubig auf die Brühe denn? Du bist ein wenig nach einem Skywalk über die Konkurrenz. LOO! WELDER! Ich hab auch zu groß, nicht mehr geholfen! Wir können euch nicht verletzen! Dauern, Kallo! Ich hab mich noch nicht gebrochen, denn ich hab mich noch nicht gebrochen, der blöde Lug! Ich hab mich noch nicht gebrochen, der blöde Lug! Ich hab mich noch nicht gebrochen, aber gebrochen und ich hab mich auch gebrochen. Die Näht war voll! Ne, meh! Ja! Ok, warte, ich hab voll! Ist mir ein Kopp gehabt, ob wir blocken und umgedreht? Oh, was vom Polen! Oh, was für ein Polen! Es gibt kein Inkommen Guck wie er nach vorne läuft man, weil die Maki ist schade Ah, nur aber ein Glas Ihr könnt euch nicht bestimmen Ah, du willst musst du das Look at that machine Es gibt kein Inkommen Es gibt kein Inkommen Ich hab euch schon noch gespürt, für was die ersten Noobie war nicht Mann Wer darf denn los? Ah, kann ich schon Enke, grüß Gott, kannst du doch mit mir holen Was soll das denn? Ich glaube nicht Ich wär so oder so durchgegangen Wider sitzt Der Spass von Tulski geschmeissen Die Hütze nicht geschmissen Aber dann hätte ich mich paralysiert Und ich wusste Ja, das geht nicht Es gibt kein Inkommen Was soll das denn? Wie war ja Ich bin nicht der Fall. Zeig mal Mandalorianer. Ausweichs klar. Passt noch. Na, auf der Falle. Vorlich kamst du und zieht einen außergewöhnlichen Amorgon durch. Wanns da lang geht misch kämpfst hahn, da boste futti Wollt ihn halt nachkicken? Na, da tut der Fido wohl nicht probiert Wollt mal nicht weit kicken dran Gegenoptisch Boste nahen, da gäng sei durst NIEK! EGAL, was er genau den Partner gibt EGAL, was Er hat eine Zeit zu nehmen, wird EGAL, was Die sind an eigener Party Die sollten kommen, geh auf den Doku Außer den Ehen, die Lavalarders Der Level 8er war ein Nicken Jaa, den war scheiss Der war scheiss, den ist ok, das ist ein Futti gemacht Luke, auch lang Futti gar Komm, geh raus Es ist ok, bock mich auch nicht aufzureden, weil er als Team scheiss ist Team hast auch wirklich scheiss gewischt Und dann Und dann Und dann Müsst du vielleicht mal den Impi holen Dann die Kilo Wir sind ja fürs Neues gemacht, da hast du mal nicht Kopfgefahren, wo ich mal mit dem zusammen gespielt habe Wenn du am Spielchab, also am Spielboss Und du warst an keiner Party Kannst mittlerweile machen, da kommen wir die Zehen Ich weiß Ich weiß Was böse Warte Ich muss schreiben Ich muss schreiben Ich muss sagen Mein absolut Lieblingscharakter Mein absolut Lieblingscharakter Mir leider Leider geht es nicht so gut mit dem Mein Lieblingscharakter wird es so verkackt Dass ich noch nicht mehr Spiele kenne Ja, das ist nicht mehr Seine Fähigkeit immer brüht Aber das Das tut ein bisschen nur noch gar nicht gesinnt, aber warum waren mal ein guter Spieler gekommen? Ich weiß, wie oft die Fähigkeit unterbrecht werden, da warst du nervig. Sie müssten dann sagen wir doch an dem Film wirklich ausgehen, dass doch mal so ein Widerstand mit dem Lichtschwert hörst und hier und dort, dass du auch seitlich aufblocken kannst. Hans, Hans, du, warte ich auch noch, ich fahre. Ich bin, ich bin Kylo, ich kämpfe gegen den, ich blöcke aber, könnte Luke von der Seite und ich mache dich flähen. Ich mag genau dasselbe, ich bin Kylo flägt nicht. Unlogisch. Hau, das sehe du noch mit dem Anniken. Äh, Mann. Ich weiß nicht, ob es das Sinn hat, dass du schon mit dem Anniken probierst uns zu zählen und das nicht gehst. Da hast du bei mir bei dem Plasma gewischt, da hast du nicht geflöhnt. Dass du an durch den Zirkel hast, du, an einem guten Winkel. Nö, mein Führer, du, weil es aber immer bereit war, da stehen drei Führer, man. Nicht geholt, ich gerade nicht aufgezogen. Hättet ihr voll am Video gesehen. Oder man will, da gegen den Film. Nö, das war dann alles schlimm. Ja, aber vier ist nicht. Ja, da stehen vier Romanen, ne Mösch. Ne, ich auch nicht grün, trotzdem nicht. Da kannst du keiner zählen, ja. Sie sollen alles so lassen, wie am Anfang von der Welt, da noch tausend lieben hat. Auf der anderen Seite war ich am Anfang richtig gut mit dem Reihe. Richtig gut. Da waren doch gute Spiele, ne, doch passen wir aus, geil. Mittlerweile halt, da haben wir mittlerweile auch so besser, wie vor einem halben Jahr oder so. Aber du, sie nicht mit dem Luke können gehen, du hast den Luke so stark. Da will ich auf der anderen Seite, ich sie mit dem Kallusau gut gehen. Aber mal sind ich mit dem, lass ich genau umgedrehen. Mal hast du richtig gut gemacht. Verpasst du. Mal hast du Nacional, muss ich spielen. Dann hast du mal für mich richtig. Weil ich schon mal ein KG-D gespielt gehabt. Hal den Show, dann hat Anniken. Du hast mich selbst so fertig gemacht. Das war so ein Noob, Mann. Du hast schon richtig schnell gespielt. Aber du hast mich schon cool gemacht. Ich krieg keine Antwort. Das ist weil sie galaktische Krieg spielen. Na komm wir mal an. Eingrund. Halden, schon da. Nee, gewascht, du gehst immer raus. Halden, wir faue Schuchten. Ich warte, wir gehen und Lobby kriegst eine Antwort. Ich warte, wir gehen und Lobby kriegst eine Antwort. Ich warte, ich warte mal da. Denn Alex ist so, nee, ich geh Bock. Hola, bro. Ja, mein Team bleibt. Hin an Alex und du nicht. Färtsch. Nee, ich geh Bock. Yay, wir verlieren. Ja, okay, noch so lange. Das soll ihn dort warten. Guck mal. Na, sie nehmen zu drei. Okay, Vader kann uns noch nicht konzentrieren. Ich will es, weil ich die Post kann in Doku gezündet. Ich brauche unbedenkte Korts für dreimal auszuweichen, man Rell. Egal, was weiß doch alles. Hörst du schüttelte, du scheiß Emicke reden. Egal, wagen die Effekte staust du. Du hörst mich wenn du Luke frei hast, haben dich nur wohl. Da habe ich mich aggressiv gespielt, wenn ich das nicht geht hab. Egal, wenn du kein Doku. Willst du retten? Nein, für Luke. Luke, er ist ein aggressiver Spieler. Was geht? Nein, Luke kann nicht aggressiver spielen. Man kann nicht aggressiver spielen, man geht nicht. Ja, schießen die Granaten zu spät. Man kann noch aggressiver spielen. Egal was, am M-Geheim. Jetzt hab ich gekillt. Ah, hier sind noch dützendisch, man denkt gar nicht. Egal was, faul Schäuptler, egal. Er kloppt euch das gar nicht. Welts auf hat? Egal was, Hörer Wälder! Ja, das ist mich. Weil ich in Bezu gehen tun. Okay, dann machen wir's. Nicht so schlau, was? Duuuuud. Duuuuud. Ihr habt Glück? Meister Windu wäre nicht so satt. Ourobosk! Du bist sch Das war's für heute, dass wir uns in London verabschieden haben. Nee, Mann, du hast doch Lofuti gewirsch, Mann, oder freut den Scheiß-Wichser mich an, Mann! Dann kommst du ja nicht in Hölle. Blöde Wichser, oh. Doku wäre Lofuti-Gang. Ich wäre ein Doku an, aber ein Bosch! Ja, freut mich an. Luger Film-Jagger-Fieb! Der Bosch-der Bosch-der Bosch-Retzen! Ich muss regenerate an. Luger Film, was... Ah, was ist das? Da kommt jemand! Er ist gefährlich! Trinkt euch an Sicherheit! Hörbier! Oh, hörbierst! warte mal warte die wäschke ich drück schon feiermull drüpp ich drücke feiermull ehrend allein denkst du möschste das herrschmacht angekommen hatten Oh, was? EEEEGAL WAN! Was du? Oh mein Gott! Wie können sie nicht mehr campen? Wir sind noch nicht mehr zu drei. Sie sind schon die ganze Zeit zu drei. Ich bin nicht euer! So, da kriegst du mich auch nicht mehr besiegt, momentan. Du kriegst dich nicht mehr. Momentan? Ja, wo ich endlich gehört habe, du mich besiegt. Du hast viel besser. Die sind neu, die sind neu. Ich weiß, die campen alle gut unter Granaten. Weil sie wissen, dass sie verlieren. Das ist für meine Freunde! Hey, was willst du, Mann? Wie kriegst du den Luke nicht besiegt, Mann? Ja, den hat er doch platt. Guck, du sagst. Der Luke hat viel mich aggressiv am Spiel. Ja, das, weil er viel mich schnell schlägt. Ich weiß nicht, dass er nicht aufwanden hat. Ich will den Luke nicht mehr. Ich will den Luke nicht mehr. Hier hast du ihn schon. Das ist ein Diener. Ein schrecklicher Weg! Wo ist der Kollege Bosch? Du hast irgendwie schon geklappt. Du hast irgendwie schon geklappt. So, du kannst auch hier, Dex. Den Minen haben mich nicht auf. Winnen. K baj, eins. Was ist das? Ich meine, die haben ja nur zwei Plo-Wit. Du musst die Welt planen. Warte, Vader, du bist voll. Du bist nicht voll, dafür will ich kein Risiko gut. Den Doku sind bei dir. Nee, doch nicht. Ja, lass! Ich habe mich gefackt. Oh, Vader. Warte, du bist nicht voll, komm mal hin. Du bist der. Ich habe einen Busch. Was nervt dich noch nicht mehr, weil du das bei mir hast. Ja, das sind schon 300 Lied. Seht, wie ein Risiko gut du kannst. So, der Doku ist auch für dich. Den wir, damit wir einfach nicht verpassen. Ich bin noch in die Höhe. Ich bin noch in die Höhe. Ich bin noch in die Höhe. Müssen wir uns noch aufs Schaden. Ich bin noch in die Höhe. Ich bin die ganze Zeit noch 200 Zöne fliehen wollen und das war wo der Vader an den Drecks Busk mich gewirrt Kein Wart hat zur Zeit noch mich nicht mehr Ja, das ist schon voll, wir haben mich um die Party gedreht 200 Leer, wenn er überzeugt... Ich schlafe um Doku und es sind Doku Da muss ein Unzehn Doku Doku Ich kann mir schon mal den Kopfgeldjäger haben Willst du mal den Windern? Als ob es da soviel Windern lehen kann Deng aus, da muss ich fach 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 Der stirbt nämlich auch Busk Kommen Doku, kann ich nicht weg Du Spost Sieben uns von Chape Egal was Zauber möchten wir nicht immer auf die Salbe schlafen als der Schwanzmutsch. Mein Ausdruck ist vor. Zauber fütig. Ich hatte aber keinen Ausdruck mehr. Zauber sie mehr heist wie Eis, Team. Ein Mann, Leute. Nicht verlieren, ey. Der Luke hat den ja beschossen mit 200 Lieren. Egal, was kriegt er mich zu? Was ist das? Nehmen wir mal an, dann hat er einen Sekunden-Food aktiviert, der Schwanzmutscher. Den ja auch, so ist gleich fort. Ja, hallo. Wir müssen den Boss geschossen sehen. Nix! Waschbundinger-Granaten! Zeh nun! Und eröffnet bei seinen Granaten. Nix! Warte, eure Welt da! Nix! 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 Wir drehen die Packen. Aber es ist der zweite Folge von der Dirkgang, ja, aber. Der Spinnallikum hat 1, 2, R2, aber die besten, die er abmachen kann, ist den Vader und Luke. Als ob sie auf 2 Plätze mit in der Leer kommen, komm, ich hab mal. Reicht hier, rei verdammt net, oder? Ooooooh rei! Ok, da gibt es einen Silvmolde. BASK! Er hat Stier... also Ding Stierf, Doku. Also... Doku stierfst du dich? Glück Skywalker! Nie mehr! Einstuch! Doch, Galaktische Christus. Geil! Ich habe viele Kills gemacht, aber... Aber Alex, mit dem die Kevin spielt, spielt sonst Galaktische Christus für Helse. Gegen die Normaltruppe, was ist das? Kann direkt Ding spielen. An der Kevin spielt das nicht mehr, weil Alex das spielen will. Zwei VS2, Mann! Da gehen sie niedergemäht. Komm, ich mache dem... Dings, du inab... Bzzzzzzzzm... Neee... Nein, so ein galaktischer Krieg. Heinz, du hast den Luke? Gut, mit seiner Aggressivität. Heinz, du hast den Enneke noch gut, für Passiv zu spielen. Okay, wenn ich noch Passiv spielen will, kann ich noch den Obi-Wan. Aber den Obi-Wan ist zu Passiv. Ein Enneke ist die zwei, Passiver und Aggreifer. Luke, Luke ist ein Aggreifer, kann noch ein bisschen Passiv sein, weil er halt nicht so lange blocken kann, so wie den Enneke, kann er auch nicht so lange blocken. Bespin, Mingmap. Den Eder-Slavening-100, ich meine, das war den, äh, war das der Weider? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Guck, guck, er hat den Mal im Vierentlach zu kicken, der Spass. Er wird gesehen. Gewauerte Luke, ein Pistole, auch noch. Er wird doch ein Kohlbefehl, Pistole. Okay, das ist ein guter Teil. Ne, aber heute kommen, äh, Kylo und Dengen. Kylo und Brive, äh, Count. So, ihr levelt den Humble, ob man nen Busk. Asti. Ich weiß auch, wie war, was... Äh, ich weiß, wie war denn, äh, Busks, wie hinsig gelevelt wird. Na, sag mal, bei uns nen Granategang. Guckt wie unlogisch es ist, wenn ein Töpfer schon lang fährt. Egal wie ich da sehe, Luke ist es pure Ungreifer. Ich finde die Kussin vom Luke am besten. Egal was! Egal was, Mann! Oh, Mann! Es schon gepickt hier die Waben, wo gekickt wird. Ray aus London schrieb, Mann. Pack 3D Sprung! Ja, Ray, pack der Sprung! Ja, Mann! Gut, Ray! Mal, hallo! Immer nehmen, Eren zu drücken, auf hochzulaufen. Hey, und so schlecht doch, aber du willst, um Schlohn, kannst du mich nicht besiegen. Es schwindert, nehmen, nehmen, um Eren drücken, aber ich möchte nicht tun. Ich gehe, Eren, aus Platzmulz zu schlohn. Ich habe schon gesehen, ob ich da war, du Spost! Ja, schon! Da bin ich wieder ausgelaufen! Da bin ich wieder ausgelaufen! Das war knapp! Wo ist denn euer Boss? Ja, den euer Boss schießt mich schon! Ich habe so viel gebetet, du gehörst nur. Nein, wieso? Du hast, du hast mich gekillt. Wir haben ja schon in irgendeinem Brot sich noch an rausgebracht. Egal wer. Ich habe nur so böse gekillt und ich weiß nicht noch an raus. Was denn? Ich habe mit Gauner nur wenig geguckt. Nein, warte! Mal! Du hast mich gekickt. Du hast mich gekickt. Ich habe gesagt... Ich habe gesagt, es ist noch ein Video. Hast du es heute mal gesehen? Ich wollte mich in drinnen und lachen. Mann! Das sind schon die zwei Kinder. Digga, warte. Es sind noch alles Wege. 3,14 Locken. Hey! Hey! Am Film hast du doch auch noch mal mich da. Wie hast du für den Kampf? Du kannst mich am Laser Shred Kampf nicht beziehen. Dafür spielst du zu schlecht. Da sind die Brostigen Minnen. Du kannst mich am Laser Shred Kampf nicht beziehen. Ich will. Du kannst mich am Laser Shred Kampf nicht beziehen. Dinbstungse. Vor allem Menschen mit Sonnenfl撕. Und nur den� yargh rauch ist es nicht zu excellence.. Das ist einfach mal��. So viel Stierfe. Oh, die sind sich alle im Dreck. Okay, Moller ist död, ich komme. Hier ist sie fortgeladen. Sie sind im Meer als Bäume. Ah, und da sind sie rum zu zwey. Du hast död, du hast död. Du hast död. Du hast död. Du hast död. Da durch! Oh, jetzt weg. Eine Lade auf dem motivell ändert. Mal schauen, wie ich ein Buss vorgesehen hatte. Dank einer der Granaten fangen wir an. Alles klar, du musst du nicht filmen. Alles klar, du musst hier nicht filmen. Oh, der Junger Buss qui, Timo, was nicht drin sind. Du hast kurz eine Granaten vorgesehen. Ja, das sind wir noch ein paar Herren. die schwammes lütscher da aneke wenn es denn nicht ohne die schade kritisch kann wenn es den roboter gehabt denn die wahl war schaubig für ihr schluss Was ich übrig lasse gehört euch. Sag ich nur weiter! Adidoku! Komm, Matrasrei! Komm, Matrasrei, du nütz! Los, fang den Molomo! Bist du besser, mal morgens spielen! Jetzt hast du ihn, du! Jetzt bist du auf jeden Fall! Nein! Bei, 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 bei der Boss sind Granate gegangen. Dann wussten Obi-Wan, die regeneriert einfach ganz voll. Genau, der Kenobi. Man, ihn zu sehr, hat mich nicht. Hey, hey! Wurde mich überhaupt nicht gejuckt sein, eure Rasenreihe. Hey, Obi-Wan schon bei dir. Lugandermatt. Aba, Anakin. Oh, wenn du ein Jedi wirst. Oder Jedi-Ritter, wie auch immer. Warte, denke ich. Nee, gehst du dich um die Dinge in Hallen? Kein Liebe, kein Conner. Nee, ich warte nicht. Schon nicht. Also, wirst du den Dramen da hat? Nein! Nein! Was ist denn? Du war... Du warst nicht so. Aber es war aber eine komplett andere Geschichte. Und du brauchst du sogar darauf herkommen. Was hast du ja gesagt? Planet. Komm, Vader. Da wirst du mich leichter wieder friessen. Denn am Ende fängt Ava im Gefall aus. Ich hab euch geschickt. Langweilig. Wärts gesinne. Ich strebe nur nach mir. Habts schlimm. Ich strebe nur süchtisch. Man hat eklenge Fanger so abgeworben. Wärts gesinne. Wärts gesinne. Also, am Anfang hü ist du mich gekillt. Sehr fach. So ein Willke, dass wir ja Skywalker-Familz waren. Wärten Anakin. Jo. Habts gemarfen, dass ich... Dass wir gewonnen ge-ihillt sind. Und ja. Dann war das Lichtschwert voneinander gepflückt haben. Nee. Woll net aufgestahnt. Woll net aufgestrahnt. Und dann bin ich durch den Bauch. Und dann bin ich durch den Bauch. Das fangst du so wie morgen. Du hast durch den Bauch runtergekriegt. Blaserschwert. Und dann hörst du siehst. Vergib mir mein Bruder. Ah, nee. Das muss ich sagen. Also, am Kampf hatte man... Am Kampf. Am... Am... Aber wirklich epische Kampf. Und ich hatte epische Musik irgendwie gedreht. Aber ich hab mega dabei gepostet. Alles perfekt. Alles. D'ambiance perfekt. War richtig geil. Aber da war ne Stier. Ich musste... So Energie staunen. Und dann freilassen. Da kam sie. Vergib mir. Äh... Vergib mir mein Bruder. Nein. Vergib mir. Ich hab viel Leid errichtet. Sehr ungefeuerbare. Als ob sie die Hände sind. Die Hände sind die Hände, die sich nicht bewegt. Und ihnen dann zu schaden. Das ist nicht schlimm. Kann ich nicht! Höre mal! Hörst du denn narsch gerade? Da kommst du allein gucken jetzig! Was ist denn Ding noch drin, ey? Ja, so hart. Er hat das noch wieder. Seid da! Nichts! Okay. Du wolltest mich an die Lachkicken, du Spass! Komm, du müsst ihm wieder kein Damage. Ein Art Geschoss war paralysiert. Tut die Folgesinne. Wiedersetzt euch! Der Roboter! Kylo braucht keine Kurzunterstützung. Denken Haner, denken Haner. Kylo muss wahr sein. Solo. Der Roboter! Ich habe nicht gesehen, dass der Roboter fern. Der Roboter! Seid dankbar für meine Hand. Der Roboter! Der Roboter! Der Roboter! Ich bin schon nachher in der linke Maul gedrückt! Ich habe schon gesehen, wie die Mauer an der Welt schon auf 14 geflüssigt. Wenn du in der Stream guckst, der wesse wahrscheinlich schlauer wird, wie der Advertrieb geht. Hä? Du bist so... Ok, ja, neuesten Team ist so... Es ist nicht alles, wie es scheint. Oh, Kablen! Au, au, au! Weidocken! Weidocken! Ein grüte Kehl! Mal kickt ne Szene nun, da fallet er auch. Ja, Helung. Aber du hast bloß! Hat's stattlich gesehen. Er schaut auf der Karte. Ich hab so auf Zeit noch geguckt und dann hab's bloß du gesehen. Also ob der Karte, egal wann. Der Roboter macht so gedragsverpackende Kable. Als ob der Keule und der Straten und Blut gesprochen ist. Da hat man ja nicht mehr so ruck können. Deine Verstärkung kommt zu spät. Entend mit dir! Ich hab's... Ich hab's... Du wäider Tantylo, weil ich weiß, dass du nicht so greifst. Ich hab's... M gehaust du! Den gì lidgen verdad?! Wenn du挽 med. M gehaust du! quemphurt! Das wär feeder ist ger �好吃! Der ist ab der toldeste dauer Duskling. Aber den fulg den inderländchen war! Das wäre feeder ist gercience bait. Ehh... Ich hab genau am richtigen Moment den Scheiss geträgt. Mega warte! Du musst Bosch nicht töten. Weiter! Weiter! Gros Papa! Wer in der Bosch? Der Kampf geht weiter! Wär schon! Mein Großpapa gewascht! Du hast dein Bro Großpapa gekillt! Nee! Ich werd nicht gekillt! Wieso bist du gekillt, Tutt? Guck ob dein Handy dumm. Wart Bummelschüle! Wart, das Wanderfick Bummelschüle! Wart du das Wanderfick Bummelschüle! hau das zocken, zocken a la kenne gesunde und hinterlasst es werden man, er blockt doch! Oh, wie war denn? Wie lange halten die Kabeln da rund? Ich habe einen Schnellstuhl gezogen, wer das da hat? Das sind die Früchte des Feuerlands Nein, das ist ein Aniken! Und so hat er einen guten Kielfluch verloren, wenn ich mein Rasserei habe gemacht habe und dann sind alle Dagen auf die Welt tragen Ich brauche eh verkackte Schlager, um mich aus der Ausbruch Los nach oben! Wir liefen noch einmal Ja, schon noch den Obi-Wan, du mein Wir gehen noch einmal an Der Finn! Lef der schon? Ja! 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 Ich bin gut auf der Quad geguckt Und äh Man, ist ja der Stream guckt und du glaubst, ich bin so bei der DOS und ich den trenne mich beim Spielen und so Ich sehe den einen, ich kann Ja! Okay, kein Trepp! Ich glaube nicht Unterwerf 9 Weißt du mir doch noch im Klackzell? Nee! Wälder! Muaah! Immer die, was die kann, du! Ich flähen immer die, was die kann! Da kann nicht hin! Muaah! Auf Platz genau, ob kommst du lang der flähenisch Lounge kommt! Muaah! 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 Ihr könnt nicht standhalten. Ja, den haben wir auch noch ausgesucht. Nee, Dreckskabeln! Han hat da aus, den Roboter und die Kabel. Hast' ma schon lang biniert. Han hat ma aus alles, Mann! Hab immerhin han hat ma wein! Als Platz alle gefühlt, Mann! Nee, immerhin hat noch mal. Schles' nöt. Wasch! Pass auf, den denken, dass ist ein Kabel unaktiviert. Ja, das waren die nicht gelockt. Ja, das waren die nicht gelockt. Nee! Und niggerwart! Schack, Mann, geschicht auf dich! Han! Werde auch nicht geschossen. Alter, findest du nicht gelb. Pire Eile! Sie hätten keine Maus-Vernichtungs-Serie nicht stoppen. Oh, sobser, so komisch. Gack, geflünders! Werde es, was hier nicht gewinnt! Bestes Aufstandes! Nee, gröner! Das ist die Bananen. Ja. Das flähen und lach. Hehehehe. Dieser Jedi macht einen, zwei Euro. Die Luke rupt mich und lach. Egal wahr. Nee! Nee! Den wollte ich gut nicht! Egal. Ich wollte doch gut. Ich weiß nicht, wie ich den da war. Den fehlt ja nicht mehr viel. Wenn du noch richtig überliess! Ja, das ist doch ein Problem, Jan! Gut. Halt auf, Mann! Dann kann ich das Rollen. Nee! Neeee! Ja, wie klar? Wieso muss ich einmal nicht aus dem Spost den Harn sehen? Harn nach raus ist das ja gut. Ach gut. Ich denke ich kann aus der Lenk immer noch. Ja, die Luke kommt. Ja! Ja! Ne, Reis! Ja, die Luke ist aus der Lenk! Okay Mal ob R2 L2 zu machen wie Spass Wie ist das? Was ist der Roboter? Oh nein Roboter zu Kabel raus Grüßt 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 Schlimm gefall Grüßt 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 Noch nicht Keulastraktor Okay, haben wir schon mal raus, Glavatsch gesinnt Kein, können wir rumrauben Blut Bist du da? Ja 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 Du musst些 richtig gesehen Die Grievous konnte immer einen Granat! Er hat immer die Drecksgranate auf mich geschaut! Wo ist die Grievous vorher? Er hat immer einen Granat ausgehauen! Sag's mal totgange! Sag's mal zu Filmen! Ich bin da 23.000 Punkten! Grievous! Der Geister verdient zwar den Vader, aber da nur die Grievous! Was? Also ich noch mal! Ich bin mal heute kein Kunkgegenau! Du hast immer wieder einmal das Loch geflogen! Einmal mal was doch ein Loch... ein Keier geflogen, ne? Da sind die großen Dillen und Loch geflogen! Was sind... was... das tun eigentlich nicht... nicht ein Keier und Loch geflogen! Und dann sind immer wieder dreimal und Loch geflogen, aber immer einfach die Scheiß kommen! Und dann kommt es schon in die Fürstatt! So ein Keier und Loot, aber genau Loch kommt! Das ist Luke Gold und Hölleyszene... Für die Verlässungs, spielst du noch um Luke? Für Seiten lang zu kicken... Nööööö... Die spielt mir ja aggressiv! Den Anakin... Den Anakin kann das nicht mehr... aahhh... Den anderen hat... Ähm... ... Waff was...? Ah ja, den anderen kontrolliere die Mordtaten am Ende, der Basisradius von irgendeinem wird vergrößert oder verursacht mehr Schaden. Ich hab es. Ja okay, das sei uns doch gut, aber für mich nicht. Ich will ein Unsehen, mein lieben Regenerei, äh, mein lieben an, äh, was da rumgestattet lässt, was du noch? Ah ja, mich, aus daran. Dampfwalze, so richtig gut. Die größten Reden der Galaxies, ihre Tötnis verschaffen, alle in einer ägyptischen Welt. Mein Plasma, scheinbar hier am Campen. Ich hab horas, bis in Ordnung her. Sowohl vor und her. Rüffmests 65. Was ist denn gerade so rein der Gang? Seid dankbar für meine Gnade. Die dunkle Seite beherrscht dich nicht. Mein Meister beherrschen dich. Und die dunkle Seite beherrscht dich. Kannst du so viele Blöcke wie du willst. Wenn du ein Ausdauer vorst, was du willst. Tschüss. Konnt ihr Sinn. Gibt du Lug mehr Ausdauer? Gibt du Lug mehr in Regenierung? Oder ist das so stark? Ich hatte gewohrt bis ein bisschen Lunge gelaufen wäre. Da wäre ich ruhig gegangen. Eure Waffen verraten euch. Du beherrscht dich nicht. Mein Meister beherrscht dich. Und die dunkle Seite. Dein Wasser, sichert unsere Flanken. Ich bin schon vergeilt. Ich bin schon verraten. Ich bin schon Plasma. Ah Keiler. Keiler. Ich bin schon tot. Ich bin ja... Ich habe mal drei Kills gemacht. Ich bin schon vergeilt. Ich bin schon vergeilt. Mega warte. Jetzt habe ich gewirrsch. Ich bin schon vergeteilt. Oh ne, viel damage kriegst du ja auch. Ich bin schon vergeteilt. Ich bin schon vergeteilt. Das ist so schade. Dann bist du schnell in Vergeltung. So viel mehr im Aufwand mehr im Aufwand mehr im Aufwand. Sie kämpfen nur auf dem Lach. Eine Rügelung. Ah nee. gut, sie sind tot ich wollte raus, ich wollte mich an sie umkicken ich wollte raus, ich wollte mich an sie umkicken ich wollte raus, ich wollte mich an sie umkicken dass sie fest vom Apparat sind, wird einfach nicht geklappt mein Plan wird zu ruinen jetzt nein, Hanniken ok, ausgack wir können eine Reihe haben wir waren mit Leer, sei Schild nicht ah, sie können aufpassen wir könnten auch gehen ok interessiert mich den Dreck aufs Ding raus räumen nicht du wirst mal eh schlagen, ich bin noch zu eh schlagen bitte haben wir in Vergeiltung, auch schon Römball voll wir sind nicht war nicht am Trap ja, doch an der Trap gewartet, wir sind nicht du warst voll lang, du glaub nein, ich wollte er reden, wir haben aus dem Hof gefallen ich habe schon nicht getroffen doch, wir sind verzielt ja, fahrgust feiglinge ach so, sie sind aber zu zurück ich darf ihnen nicht kicken ja, Boss ja, Göffner, fährt halt geil die sind gerne zu frei ja, Heilung vom Leer, perfekt Ich hab' den Knochen, ich hab' den Knochen geflogen. Okay, dann impfen wir dir Scheiss. Ich zünd' schon durch die Mauer angezündet. Geh' weiter. Ich bin noch am Vergeilt. Die sind eh schaubes, in dem Sinn, kannst du den Vergeltung heilen. Digga, warte! Wir sind auf dem Impel gekriegt. Regeneration! Regeneration! Wenn ich den Aladena fähre, schmarrn! Doch, da war doch rein. Da wäre die da. Ich bleu auf den Hall, ich bin das Kutter. Wir haben die Zigarre ausgemacht und da geht es weiter. Freude, ja. Da war ich da. Aha, Bus. Als ob der Uhr verblieben ist. Was? Wie will das? Nee, keine Ahnung. Eigentlich müsste man da aufkommen. Die Welt schleudert Körper herum, die Steine. Ja, Perfekt. Ja, Perfekt. Ah, na renke, doch sind sie schnitten, wie ich hier rücke kann. Oh, vergeilten Römenhäle ist gefüllt. Jam, 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 jam. Neee! So ist Ningo noch. Ah, da sind wir noch den. Der Ningo noch 3 erfeiert, so ist. Ah, ich kann den nicht mehr benutzen. Ah, Luke. Look out! Regeneration! Mal! Mal! Ich muss regenerieren. Leia, was müsste? Ich muss regenerieren. Ich muss regenerieren. Ich muss nur noch Prise gucken. Leia und die Wallier. Leia, sag Schült! Geh raus! Ja! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Vergeiltung? Neue? Es ist ihnen das Loch gefallen. Egal, wahr. Egal, wahr. Es ist so unlogisch, kraft. Du, kommst du, kommst du, kommst du. Du, kommst du! Egal, wahr. Egal, wahr. Und andere Dinge hätten verschwettet von mir. Ich könnte leiser in den Busch. Can we? Ich kriege viel Schaden! Uuuuuh, man, wir sind schon gefackt. Han, Banane, kommt Han. Antiquierte Waffen und Religionen können das nicht mit einem guten Schaden aussehen. Ah ne, sie können sich schon nicht an die Kinder haben. Warte, ich habe mal einen guten Freundin gemacht. Wir haben aber halt gesprungen. Ah, ist stirbend. Definitiv stirbend nicht. Egal, schon sein Kind hat Loot gesprengt. Ich bin zufrieden. Han, wir stirbend noch. Ist noch der Gagen. Wie kann ich denn immer um Chewbacca spielen? Ist auch so scheiß gehen. Ich möchte vielleicht eine Explosion. Ja, schön, aber gut. Was tut Chewbacca gar? Ja, ich konnte mehr haben, Willen. Da, die sind da unter anderem geschossen. Da ist ein kleimes해야es. Wir sind da nur plötzlich. Na klar, ich darf das nicht haben. Du musst das nicht sagen. Du kannst nicht werden gerne mal kurz finden. Ja, ich bin auch nicht in der Schaden. Da ist es ein kleines Scream-Shot, Kammer. Vielen Dank.